Guten Morgen zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. Meine Frau sagte letztens zu mir, wir brauchen mal ein richtig großes Bild in unserer Küche, am besten irgendein Landschaftsfoto. Da ist er natürlich bei mir auf offene Ohren gestoßen. Und jetzt habe ich mich frühmorgens aufgemacht, bin hier unten am Steg und möchte den Sonnenaufgang hier fotografieren. Und ich bin so motiviert, das heute hier zu machen, weil die letzten vier Tage hat es ja nur durchgeregnet. Ich konnte echt nicht rausgehen zum Fotografieren und ich konnte gar nicht richtig schlafen. Bin viel zu früh heute Morgen aufgewacht, um hier heute Morgen stehen zu können. Und als Vorteil sehe ich jetzt auch noch, wenn ich früher da bin, bringe ich jetzt mal Ruhe rein. Ich komme jetzt mal runter, baue jetzt hier alles auf und muss einfach keine Hektik machen. Ich bin auch der Erste hier am Steg, das heißt, wer zu spät kommt, sucht sich einen der anderen beiden aus. Das Bild versuche ich jetzt mit einem 16-35 Objektiv aufzunehmen. Das heißt, ich schraube mein geliebtes Samyang 14 mm runter, weil auf diesem Objektiv kann ich keine Filter anbringen, weil die Linse so gewölbt ist. Deswegen nehme ich das 16-35 von Sony. So, halt dabei hier die Kamera nach unten, dass auch nicht allzu viel Dreck auf den Sensor kommt, weil das nervt mich bei den Sony-Kameras echt, dass ständig dieser Staub auf dem Sensor ist und sich ständig putzen. Ich reinige tatsächlich meine Kameras nass einmal im Monat. Da habe ich auch ein Video mal dazu gemacht. Finden manche gut, manche finden es nicht gut, aber meine Kameras leben noch und ich habe die schon ein paar Jahre im Einsatz. Und wer sich unsicher ist bei einer Nassreinigung des Sensors, der soll halt seine Kamera einfach ins Fotogeschäft bringen. Aber ich mache das daheim selber. Man könnte ja meinen, so ein Sonnenaufgang hier am Steg ist einfach zu fotografieren. Ich sage mal, relativ. Kommt darauf an, wie hoch der Anspruch ist. Mein Anspruch ist zum Beispiel, dass die Kamera wirklich zentriert und mittig dasteht und dass diese Holzbohlen hier unter mir, auf denen ich stehe, nicht schief im Bild erscheinen. Dass die auch wirklich parallel hier zum unteren Bildrand erscheinen. Dann mache ich es jetzt so. Ich breche jetzt hier auch die Drittelregel und setze den Horizont genau in die Mitte, weil das für mich hier am stimmigsten ist. Und vor mir sind diese senkrechten Pfähle. Da habe ich jetzt meine Kamera auch so aufgestellt, dass ich nicht direkt vor der Kamera zwei Pfähle habe, sondern dass die Pfähle erst in drei Meter zu sehen sind. Und die würden mich sonst stören, sonst würde mein Blick nämlich zuerst auf die Pfähle fallen und dann nach vorne gucken. So habe ich straight den Blick nach vorne und da lenkt mich jetzt nichts ab. Und zu so einem Sonnenaufgang gehört für mich natürlich noch dazu, dass ich einen ND-Filter jetzt gleich reinpacken werde, dass ich länger belichten kann. Und einen Verlaufsfilter auch, um den Himmel abzudunkeln. Dieses Längere Belichten kennt ihr ja, das mache ich gern, um die Wasseroberfläche zu glätten, dass die fast milchig aussieht. Und dafür habe ich jetzt auch einen neuen Filterhalter dabei, und zwar den von Nisi, den V6. Der hat im Set so einen Polfilter mit drin. Aber vorher fokussiere ich jetzt noch manuell und stelle die Kamera einigermaßen ein, dass alles passt. Und ich habe auch gesagt, ich möchte die Kamera mittig aufstellen. Zuerst dachte ich jetzt, okay, passt, aber jetzt wird es ja immer heller. Und jetzt sehe ich, dass hier diese Holzbohlen gar nicht mittig sind. Deswegen muss ich die Kamera einen Millimeter noch nach links schieben. So in etwa. Gut, der Steg ist ja auch ein bisschen krumm gebaut. Kann ich jetzt auch nichts machen. Aber so kommt es ungefähr hin. Genau, ich bin hier im Fokus-Mode manuell. Und den Fokus-Mode, den ziehe ich mir jetzt hier mit der Displaylupe. Und zwar gehe ich hier ganz vorne ran, also ganz, ganz vorne an den Steg ran. Und finde den Fokus jetzt, indem ich an dem Objektiv vorne den Fokus ziehe. Geht einfach nur mit zwei Fingern. Zack, das war's. Und ihr seht, ich bin jetzt hier auf einer ISO 40.000. Das habe ich jetzt nur gemacht, dass ich irgendwas vom Steg sehe. Ich habe auch dieses Bright Monitoring oder helle Überwachung an. Wenn ich hier drauf drücke, ist es einfach das, was man jetzt aktuell sieht. Man könnte jetzt aber auch mit dem Peaking hier arbeiten. Das seht ihr, ich habe Peaking angemacht. Und ihr seht jetzt, das, was scharf ist, sieht man hier in diesen roten Punkten. Seht ihr das? Vorne sehe ich genau, die Schärfe liegt an der Spitze des Steges. Aber ich bin eigentlich kein Freund von dem Fokus-Peaking, weil ich kann die Schärfe auch ohne dieses Peaking sehr gut beurteilen. So, und das ist jetzt hier mein neuer Nisi-Filterhalter. Den werde ich jetzt gleich mal draufschrauben. Und für den Sonnenaufgang werde ich jetzt, glaube ich, zuerst mal den 1.8er ND-Filter verwenden. Der ist nicht so stark, das reicht mir eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich festschrauben lässt. Aber gut, Gewinde hat schon gegriffen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, die Kamera schön verwackelt beim Festziehen. Das ist schlau. Oh Mann. Jetzt darf ich es wieder neu ausrichten. Vollprofi wieder hier am Werk. Filter halt das Nagel neu. Oh, der lässt sich richtig schön reinschieben. Viel einfacher als bei dem HAIDA. Da merkt man, dass ich in den letzten Jahren ein bisschen was getan habe. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist vorne auch noch ein Verlaufsfilter anbringen, damit ich den Himmel ein bisschen abdunkeln kann. Ist das der Richtige? Ja, ich glaube schon. Okay, das Filtersystem hier sehe ich auch gerade. Hat drei Schlitze. Das heißt, ich könnte da noch einen dritten Filter mit draufpacken, wenn ich wollte. Da ich hier in der Kamera jetzt hier auf ISO 40.000 bin, sehe ich sogar noch ein klein bisschen was. Obwohl zwei Filter vor der Linse stehen. So, und jetzt gilt es eigentlich nur noch die richtige Belichtungszeit zu finden. Und ich fotografiere jetzt nicht auf ISO 40.000, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Sondern eben auf ISO 100.000 und ziehe die Belichtungszeit hoch. Meinen Funkfernauslöser schraube ich jetzt auch mal gleich drauf. Den werde ich brauchen, weil ich nachher wahrscheinlich auch länger als 30 Sekunden lang belichten möchte. Bei der Sony A7 III kommt dieser AODELAN Funkfernauslöser unten rein. In diesen Multislot. Zack, sitzt. Alles klar. Ich gehe hier auf den Balbmodus und jetzt kann ich den ganz gut verwenden. Jetzt warte ich einfach nur noch ein paar Minuten, die Sonne geht gleich auf. Das war jetzt auch echt gut, dass ich vor dem Sonnenaufgang schon hier war. Zum einen, dass ich den Steg für mich alleine habe. Und zum zweiten, ich habe es jetzt so geschafft, Ruhe in mich reinzukriegen. Ich bin sonst immer so hibbelig, wenn ich irgendwo ankomme und muss schnell das Foto machen. Das taugt mir nicht. Dann mache ich Fehler und ja, wenn ich mal eine halbe Stunde einfach früher da bin, komme ich runter und bin gut drauf. Was machen wir? 20 Sekunden. Das ist wieder mal Try and Error bei mir. Ohne großartige Berechnung. Unheimlich coole Stimmung hier am Wasser gerade. Jetzt sieht man aber wenigstens was. Oh, 25 Sekunden. Bam! Das ist echt schön. Meine Frau ist meine härteste Kritiker. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Zu dunkel, zu hell. Immer nur Stege. Ich kann ja nichts anderes. Nee, ein bisschen was geht schon noch. Um den 3.0er reinzuschrauben, muss ich hier erstmal den Verlaufsfilter rausziehen. Ich ziehe den jetzt noch raus. Zack. So, der Sitz und jetzt kommt wieder der Verlaufsfilter. Wunderschön. Und hier sehe ich jetzt schon in der Kamera, wie sich das Bild verändert. Wenn ich den reinschiebe, ist der Himmel einfach ein kleines bisschen dunkler. Cool. Jetzt muss ich natürlich länger belichten. Drüben steht ein anderer Fotograf in der Mitte des Steges. Der hat bestimmt auch ein Grinsen im Gesicht. Hat auch ein riesen Stativ aufgebaut. Gut an Equipment hat er da dabei. Gleich ist es soweit. Ich fotografiere jetzt auf ISO 100. Ich bin im automatischen Weißabgleich. Auf einer 5, 6er Blende. Im Balbmodus. Weil ich ja hier den Funkfernauslöser habe. Habe manuell fokussiert. Mein Steady Shot habe ich ausgestellt. Das soll es jetzt eigentlich gewesen sein. Magisch, sagen ja manche Fotografen. Es ist eine magische Stimmung. Ich finde es einfach nur geil. Mit Magie hat es so nichts zu tun, ey. Und jetzt in dem Moment geht die Sonne gerade auf. Boah, die blendet. Und jetzt bilden sich endlich auch diese schönen Schatten hier auf dem Steg. Und das ist jetzt echt mit Licht spielen, mit Licht malen. Das liebe ich. Ich bräuchte ja fast eine Sonnenbrille. Unglaublich, echt. 4, 5 Tage hat es jetzt durchgeregnet. Aber jetzt kriege ich mal einen Shot. Die Wolken haben sich auch direkt über dem Horizont ein klein bisschen verdächt. Verzogen. Das heißt, die Sonne spitzelt da extrem durch. Eine Minute. 3, 2, 1. Jetzt bin ich schon wieder voll drauf. Das gibt es ja gar nicht echt. Das ist irgendwie Glücksgefühle, die ich da, keine Ahnung, verspüre. Und wenn ich ein Foto gemacht habe und schaue ins Display rein und habe Gänsehaut hier am Arm, dann weiß ich, es hat sich wieder mal gelohnt. Könnte ich fast schon wieder Bier aufmachen früher am Morgen. Nee, war Spaß. So liebe Freunde, mit diesem Foto bin ich jetzt hier sehr, sehr happy. Ich packe jetzt ein und suche mir nochmal einen ganz, ganz anderen Spot, der mich richtig, richtig herausfordern wird. Und zwar habe ich beim Spazierengehen einen Acker gefunden und auf diesem Acker gibt es ein Matschloch. Also das ist eine super hässliche Location. Aber ich will da hingehen, um mich mal selbst rauszufordern, um da ein Foto zu machen. Und das ist auch keine verschwendete Zeit für mich, weil ich muss da mein Hirn richtig, richtig anstrengen, um da irgendwie ein Bild hinzukriegen. Ein Matschloch auf dem Acker ist jetzt nicht das geilste Bild. Aber es hilft mir, mich auf neue Situationen einzustellen, um doch das Beste aus sowas auch zu machen. Ach, mein Timer läuft ja noch. Ich mache ja gerade ein Bild. Jetzt zeigt die Sonne ihre volle Power. Ich habe meine Schatten endlich auf dem Steg, die ich die ganze Zeit wollte. Drei, zwei, eins. Wow, wie cool. Ich schaue nochmal kurz rein. Bäm, rock on. Super, super, super. So Leute, ich habe mich kurz im Auto umgezogen, habe meine Gummistiefel an, beziehungsweise sind ja Anglerhosen. Aber ich habe das deswegen gemacht, weil ich hier noch am Matschetümpel auf dem Acker ein Foto machen will. Das ist eigentlich eine Location, die gibt nichts her. Aber ich will mich selber irgendwie herausfordern und hier doch irgendwie ein schönes Bild hinkriegen. Weil ich höre immer wieder, du fotografierst ja am See, ist ja alles so schön und einfach. Schau, ich stehe jetzt hier auf dem Acker. Und Acker hat jeder irgendwo daheim auf dem Kaff. Und mache jetzt hier irgendwie ein Foto. So, jetzt schauen wir uns erst mal an, was für Möglichkeiten habe ich. Ich habe hier Schilf, ich habe hier Gräser im Vordergrund. Und da hinten ist irgendwie so ein abgestorbener Baum. Das Denkmal, das gibt jetzt hier diese drei Möglichkeiten für mich. Und die Anglerhosen oder die Gummistiefel habe ich an, weil ich auch mal ein bisschen weiter ins Wasser reingehen möchte. Also es ist hier echt ziemlich matschig und ziffig. Mal gucken, wie ich es mache. Bei der Geschichte mache ich es jetzt so, dass ich mein Fokusfeld hier auf manuell stelle. Die Fokus Area, genau, steht hier bei mir auf manuell, damit ich mit dem Joystick meinen Fokuspunkt schön wählen kann. Weil da in dem Wasser will ich nicht mit der Hand den Fokus ziehen. Das mache ich hier über den Joystick und das Auswahlfeld. Und da im Wasser gibt es so einen Punkt, da steht das Schilf so ein bisschen raus. Das ist so ein bisschen alleinstehend. Und dahinter ist direkt dieser Obstbaum. Mal gucken, ob das was wird. Ich will jetzt auch mein Videostativ da nicht rein. Ich denke mal, hier stinkt es so richtig nach Kuhkacke in dem Wasser. Und jetzt, ja, ich gehe mal hin und versuche mal das Beste daraus zu machen. Ich mache vielleicht noch die Belichtung ein bisschen dunkler. So, starten wir mal. Ich bin jetzt weit weg. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Auf das Schilf habe ich es jetzt abgesehen. Das Ganze mal jetzt natürlich ohne Filter. Und ich möchte die Spiegelung von dem Baum im Wasser haben. Und es gelingt mir jetzt eigentlich auch nur, wenn die Sonne nochmal gescheit rauskommt. Und dann muss ich jetzt nochmal kurz hier warten in der Süffe. Oh, ist das hier eklig. Okay, die Sonne ist da. Machen wir mal das erste Bild hier. Ich versuche jetzt auch möglichst still zu sein, dass hier kaum Wellen auf dem Wasser zu sehen sind. Bevor ich hier abdrücke. Bildkomposition ist hier super, super schwer, finde ich gerade. Man kann hier eigentlich nur alles falsch machen. Den Baum, den werde ich in mein rechtes Drittel setzen. Ich kann sogar noch ein bisschen näher rangehen, glaube ich. Vordergrund dieses Schilf. Welches ich scharf stelle. Und dann sieht man den Baum schön gespiegelt hier im Wasser. Ja, Leute, ich habe jetzt hier gerade einen toten Frosch gefunden. Ist jetzt nicht das schönste Motiv, aber ich versuche es trotzdem mal aufzunehmen. Oh, ist ja echt eklig. Arme Kerl. Oh Gott, stinkt das hier. Dieser abgestorbene Baum hier in diesem Sumpfloch, der könnte noch was hergeben. Ich werde dabei jetzt mal gegen die Sonne fotografieren, dass er schwarz erscheint. Und spiele dann vielleicht mit den Sonnenstrahlen auf dem Wasser. Also vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dass die sich da drauf spiegeln. Und habe jetzt auch das 14 mm mal drauf geschraubt, dass ich noch näher an den Baum ran kann. Gut, dann taste ich mich jetzt mal da ran. Ah, das ist ja hier echt ziemlich moorig. So, jetzt schaue ich hier. Mein Vordergrund ist natürlich der Baum. Und da hinten sind auch nochmal zwei Bäume in der Entfernung. Dann hätte ich hier was im Vordergrund. Und auch im Hintergrund was zum Gucken. Und ich habe die Sonne einmal im Baum und einmal auf der Wasseroberfläche. Oh, Alter, ich sink ja hier komplett ein. Ja, und das ist das, was ich hier rausholen kann. Mal schauen, ob ich das hier im Hochformat auch irgendwie noch hinkriege, dass es mir gut gefällt. Mist, ich sack hier komplett ein. Scheiße. Fuck. Alter, ist eine leichte Panik hier. Was ist denn da los? Aber für das Bild muss es noch hinhauen. Oh, Leute, mir ist es hier ein bisschen zu gefährlich oder zu sketchy. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie drin stecken zu bleiben. Also, wie ihr seht, die schönen Fotospots haben ihre Berechtigung. Das war jetzt hier echt mal eine ganz andere Nummer für mich. Die hat mich gefordert. Ich habe jetzt auch nicht das allerbeste Bild gemacht, aber ich habe mich mit so einem ganz neuen Thema mal auseinandergesetzt. Aber es war mir jetzt echt ein bisschen zu gefährlich, da stecken zu bleiben und hier zu übernachten. Ja, Leute, wenn euch mein Video gefallen hat, ich freue mich unheimlich über ein Like oder über einen Kommentar. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, habt einen schönen Resttag. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Bye-bye, euer Sigi vom Armersee. Ciao. Ciao.